Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, ich darf Sie sehr herzlich hier an der Landesberufsschule in Volzberg begrüßen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Johann Hilden und ich bin hier Direktor an der Schule. Wir haben derzeit eine ganz besondere Situation, Coronavirus, mit der wir uns aber bestmöglich abfinden müssen. Und in dieser Phase kommt unseren Damen und Herren Klassenvorständinnen eine ganz besondere Rolle zu. Sie haben hauptsächlich zu organisieren, dass der Unterricht eben sehr gut stattfinden kann. Es gibt für jede Schülerin und für jeden Schüler während einer Woche mehrere Präsenzstunden, wo sie aktiv vor dem Bildschirm am Unterricht teilnehmen müssen. Weitere Informationen können Sie gerne auch unserer Homepage entnehmen. Unsere Schule hat auch einige Beratungslehrerinnen, die Ihnen gerne bei sozialen Anliegen oder persönlichen Fragen weiterhelfen. Es sind dies die Frau Zörer, der Herr Eisner oder der Herr Hauser. Auch unser Religionslehrer, der Herr Schulrat Landos, steht Ihnen gerne zur Unterstützung zur Verfügung. Organisatorisch darf ich mitteilen, dass wir für die ersten drei Wochen jetzt einmal zumindest mit Distance Learning arbeiten müssen. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, es wird notwendig sein, dass Sie sich zu Hause einen Arbeitsplatz herrichten, ob mit einem PC oder mit einem Tablet oder mit einem Notebook, wo Sie den Unterricht möglichst gut folgen können. Es gibt eben während jeder Woche Präsenzphasen, wo wir erwarten, dass Sie aktiv am Unterricht teilnehmen. Denn nur so kann der Unterricht gut gelingen. Ich wünsche Ihnen für diesen vierten Lehrgang alles Gute. Bitte nehmen Sie den Unterricht ernst.